Wir haben 200.000 Titel oder Sachen hier, davon sind 120.000 gedruckte Titel und der Rest sind Media, Antiquariat und andere Dinge, die wir sonst hier verkaufen. 120.000 Titel auf Lager. 120.000. Wir haben nur 80.000 Titel, die haben nur 80.000 Titel. Aber Sie können, wenn Sie was suchen, was Sie dort nicht finden, können Sie bei uns bestellen. Da gibt es automatisierte Systeme, die ich später zeige. Und dann kommt die Bestellung zu uns und wir liefern dann nach Chilervin. Wie ist das, wenn jetzt ein Buch zum Beispiel nicht lieferbar ist und ein Kunde würde das gerne kaufen? Wie lange dauert das, bis das dann geschickt werden kann oder dem Kunden verkauft werden kann? Wenn wir das in Moskau haben, dann zusammen eine Woche ungefähr, bis es dahin verschickt werden kann. Wenn wir das auch nicht haben, dann suchen wir bei den Verlegern. Und dann, also längste Zeit, die wir hatten, war ein Monat. Okay. Es liegt auch daran, ob das Buch überhaupt in der neuen Auflage gibt. Manchmal suchen die Leute Bücher, die das letzte Mal in der Neuoblage früher als 2005 erschienen sind. Und dann ist das für uns sehr schwierig. Manchmal muss es extra nachgedruckt werden, zum Beispiel, wenn viele Bestellungen kommen oder so. Also an solchen Dingen liegt es dann, wenn es länger als eine Woche dauert, dass wir dann suchen oder nachdrucken müssen. Was ich auch spannend finde, ich habe gehört, gestern zum Beispiel war so eine Rabatt-Aktion hier, dann gab es alle Bücher für 25% weniger. Haben Sie öfter solche Rabatt-Aktionen oder wie locken Sie die Kunden immer wieder in den Laden rein? Was mir sehr interessant ist, ich habe gehört von Kollegen, dass hier heute hier eine Akte, dass alle Bücher für 25% gab. Ja? 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 Sind Sie ja irgendwelche Akte? proходит чаще или что вы еще делаете чтобы ваши такие акции проходят один два раза в месяц до скидка действительно 25 процентов на книжную продукцию аудио-видео продукцию на канцелярский сувенирной продукции скидки нет что мы еще делаем для читателей но борисе ночью она уже сказал что более 15 клубов работать философские географические и мазматические тут тоже привлечение покупателей также у нас есть специальные акции с издательствами они ежедневно проходят продолжительное во время неизвестное мы покажем то есть подарок за покупку или по специальной цене книги и так далее то есть встречи с авторами это тоже акции для наших аукционов 25 процентов на всех книгах максимум деломах и аудио акцион хаисли росланд лезе ассо мая ассо в этом смысле и ассо и ассо и ассо и ассо и ассо и а вот тому времени можно было заяжим тезодие ассо и Und auch diese ganzen Clubs, die unser Direktor erwähnt hat, wie Philosophie Club oder andere Clubs, die hier ständig sind, damit wir auch natürlich unseren Lesern uns binden. Man muss sagen aber, dass diese ganzen Aktionen sich immer auf die Bücher beziehen, nicht auf andere Sachen, die wir sonst so verkaufen, wie Hefte oder Bilder, sondern nur auf Druckbuch. Und man kann auch Bücher bestellen eigentlich nach Hause und sich die liefern lassen? Kannst du es zu Hause sehen? Kannst du es zu Hause sehen? Wir haben ein Internet-Magazin. Und auch eine Homepage. Wir können auch hier wissen, wo sie liegt. Wir können sogar von zu Hause aus schauen, wo das Buch hier im Haus liegt. Also wir haben die Zeigungszeit. Ich zeige es jetzt. Nein, hier. Bevor du hierher kommst, ohne zu suchen zu müssen, wenn du keine Zeit hast, abends zu Hause gucken, auf welchem Regal dein Buch, was du siehst, liegt. Und dann direkt hierher gehen, das Buch nehmen. Ja, super. Tini, wir haben heute die Auszeichnung für den besten Buchladen. Wir haben gerade auf der Buchmesse die Auszeichnung für den besten Buchladen. Und dann haben wir in ganz Moskau bekommen. Hat er das so? Wir kommen bis 10.000 Menschen in den Tag. Wir kommen in den normalen Jahren. Am einfachen Tag haben wir 7.000 bis 8.000 Kunden am Tag. Am guten Tag sind 10.000. Okay, wau. Wir sind eingeschabt von der Bibel. Nur haben wir mit 8.000 Anzeichen, die Kulinarien, Medizin und Puhren. Unser Kaufhaus ist aufgebaut nach Themen und jeder Saal hat das eigene Thema. Hier ist zum Beispiel Reisen und Essen. Jedes Buch hat seinen eigenen festen Platz. Wir haben ein Codesystem, wo wir wissen, welches Buch wohin gehört und es wird auch immer dahin gehen. Wenn die Buchung erhält, sie sie zuerst anbieten. Das ist wie eine Ausprahlung. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr für die Hälfte. Jetzt wir zeigen, warum sie es notwendig ist. Wir müssen uns über die Hälfte sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.